Der Buffett-Indikator ist auf dem höchsten Stand aller Zeiten. Sind US-Aktien zu teuer? Im zweiten Teil des Börsendalks mit Jonathan Neuschaller ordnen wir den Buffett-Indikator ein und wir nennen euch einige Punkte, auf die ihr besonders achten müsst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt und auf diesem Kanal geht es um eure Finanzen. Und hier der versprochene zweite Teil vom Börsendalk mit Jonathan Neuschaller. Hallo Jonathan. Hi Matthias, freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf. Genau, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, den verlinke ich euch oben. Also noch anschauen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ansonsten steigen wir direkt ein und zwar, wir haben euch versprochen, dass wir euch ein paar Sachen zeigen, die sehr auffällig sind. Das erste ist ein Chart und das betrifft nämlich eine Argumentation, die die ganze Zeit immer ins Feld geführt wird in der Vergleich zwischen der heutigen Situation und der Situation 1999-2000 kommt. Da kommt immer die Argumentation, damals waren die Firmen doch nicht profitabel. Heute haben wir doch so profitable Firmen, Apple und so weiter, werden immer Microsoft und Co. werden angeführt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie viele Firmen von den 1500 größten amerikanischen Firmen 1999-2000 profitabel oder nicht profitabel waren und wie viele es heute sind. Und ich habe selbst gestaunt, die schwarze Linie ist die Marktkapitalisierung der Firmen, die im Prinzip nicht in den letzten drei Jahren, seit drei Jahren lang nicht profitabel war. Die rote Linie zeigt die Anzahl und die Anzahl der Firmen sind wie damals etwa 200 von den 1500, aber heute haben wir etwa eine zweieinhalbmal so hohe Marktkapitalisierung. Also bei diesem Punkt haben wir eine ähnliche Situation wie 1999-2000 gegeben. Gerade in den letzten zwölf Monaten sind sehr viele Firmen, die nicht profitabel waren, auf extrem hohe Marktkapitalisierung gestiegen. Und das hängt auch mit dem Ansatz zusammen, was Casey Wood im Prinzip vertritt. Nämlich sie bewertet Firmen danach, was der Total Addressable Market ist. Das heißt also, sie sucht sich ihre Firmen raus und schaut, wie groß ist dieses gesamte Marktpotenzial und dann investiert sie in Firmen rein, wo sie denkt, dass sie eben auch der Gewinner in diesem Markt sind. Und wenn man dann, führt es dazu, dass die Bewertungen relativ hoch werden, weil die Firmen quasi schon ein Stück weit so geschaut werden, als wären sie der Gewinner in diesem Markt. Und auch gerade diese Geschichte, so Winner takes it all, was wir in den letzten zehn Jahren in vielen Branchen einfach bei vielen Werten gelernt haben, führt einfach zu dieser Bewertung. Und der führt dazu, dass Firmen, die eine geniale Produktidee haben oder ein geniales Produkt haben, aber noch nicht profitabel sind, dass die aber trotzdem sehr hohe zweistellige Milliardenbewertungen quasi schon haben. Und so kommt es zustande, dass wir hier 2.500 Milliarden US-Dollar an Börsenwerten haben von Firmen, die überhaupt noch nicht profitabel sind. Ja, und letztlich ist das jetzt ja ein weiterer Indikator dafür, dass US-Aktien derzeit relativ teuer sind, als Gesamtheit gesprochen. Wir haben den Buffett-Indikator selber, der auf dem Höchststand notiert. Wir haben die Zahl der unprofitablen Unternehmen drei Jahre in Folge, was deren zusammengerechnete Marktkapitalisierung entspricht. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen und in die Interpretation gehen, was bedeutet das jetzt für unsere künftigen Renditen, für uns als langfristige Investoren, dann haben wir hier erstmal eine statistische Auswertung gefunden. Auch diese stammt wieder von der Website currentmarketvaluation.com. Und dort sehen wir jetzt, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wir werden das in Ruhe erklären, wie die Renditen in den folgenden fünf Jahren ausgefallen sind, und zwar die gesamte Rendite inklusive Dividendenrendite am US-Aktienmarkt, in Abhängigkeit davon, wie hoch der Buffett-Indikator fünf Jahre früher notiert hat. Und das Wichtigste, was man jetzt hier im ersten Schritt anschauen muss, ist diese Linie, die wir hier sehen, die Regressionsgerade. Und hier sehen wir eben, dass die nach unten zeigt. Das heißt, je höher der Buffett-Indikator ist, desto geringer ist die erwartete Rendite der nächsten fünf Jahre. Und wir sehen aktuell, stehen wir beim Buffett-Indikator ganz unten rechts sozusagen. Wir stehen nämlich bei mehr als der zweifachen Standardabweichung nach oben. Und deswegen sind wir rechts von der X-Skala, von der 2. Und dort wäre der Erwartungswert jetzt der Rendite der nächsten fünf Jahre bei minus 20 Prozent, also minus 4 Prozent pro Jahr im US-Aktienmarkt. Jetzt ist es allerdings so, dass es eine sehr große Streuung gibt um diesen Erwartungswert herum. Das Ganze wird anhand der statistischen Kennzahl des R-Quadrats deutlich. Diese liegt bei 0,2. Und erst wenn diese einen Wert von 1,0 erreichen würde, erst dann hätten wir sozusagen einen perfekten Gleichlauf. Das würde bedeuten, je höher der Indikator, desto geringer die Rendite. Aber wir sehen, der Indikator erklärt eben einen Teil der künftigen Rendite oder auch Nicht-Rendite, wie wir sie ja erwarten laut diesem Indikator. Aber beileibe nicht die gesamten Einflussfaktoren. Das heißt, obwohl dieser Indikator jetzt aussagt, dass die Rendite auf Sicht der nächsten fünf Jahre negativ sein sollte, ist das keinesfalls garantiert, weil wir eben, und das sind die ganzen Punkte, die jetzt um diese Linie herum schwirren, weil wir auch oft die Situation hatten, dass der Indikator zwar gesagt hat, okay, Rendite, also wenn ich hier beispielsweise auf die Standardabweichung von 1,5 schaue, da ist die Renditeerwartung an sich negativ. Aber es gab trotzdem viele Punkte, und das sind dann einzelne Jahreszeiträume, die positiv gewesen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass die Rendite negativ sein wird. Es kann aber sein, dass sie auf Sicht von fünf Jahren negativ sein wird. Aber was wir zum Beispiel sehen ist, also wenn der Indikator relativ nah irgendwo um die Nulllinie war, da hat es sehr weit gestreut. Aber je höher er war, desto eher waren die Punkte unterhalb der Linie. Das sehen wir hier, also die Gefahr, dass amerikanische Aktien in den nächsten drei, vier Jahren im Prinzip sich schlechter entwickeln, die ist durchaus gegeben. Aber, und da schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Punkte an, es gibt nämlich verschiedene Faktoren, die wir betrachten müssen. Also der Indikator ist ein Punkt, wo man sagt, okay, er ist hoch, schauen wir uns mal Sachen an und schauen wir uns an, ja, was bei so einer Interpretation alles wichtig ist, was da eben mit rein spielt und in welchem Umfeld man diesen Indikator eben betrachten muss. Und das Erste ist hier zum Beispiel das Wirtschaftswachstum. Wenn wir natürlich ein hohes Wirtschaftswachstum haben und nehmen wir jetzt mal an, nach der Pandemie gibt es wirklich, was ja einige sagen, so Roaring Trend ist. Wir haben wieder richtig Lust auf Konsumieren, Lust auf Reisen, Lust essen zu gehen, was zu unternehmen, was zu erleben und wirklich auch Geld auszugeben, weil ja die Sparquote während der Pandemie relativ hoch war. Also es steht Geld zur Verfügung. Das ausgegeben werden kann. Das heißt, wir kriegen vielleicht einige Jahre mit einem überraschend hohen Wirtschaftswachstum. Ist durchaus möglich. Also das ist einer der Faktoren. Genau, und wenn das Wirtschaftswachstum jetzt ein paar Jahre sehr hoch wäre, dann wäre es wiederum vertretbar, heute einen hohen Preis zu zahlen, weil ja letztlich die Ertragskraft bei einem hohen Wirtschaftswachstum stark ansteigen wird. Und dementsprechend könnten wir dann letztlich doch noch wieder eine positive Rendite sehen. Das ist so ein bisschen die Überlegung hier. Das heißt, je höher das erwartete Wirtschaftswachstum jetzt gerade von euch ist, desto eher könnt ihr natürlich auch diesen hohen Buffett-Indikator bezahlen und trotzdem investieren und investiert bleiben. Das ist also einfach eine Frage der persönlichen Erwartungshaltung hier. Ja, ein Punkt ist da noch, die Höhe der EBIT-Marge beziehungsweise der operativen Gewinnmarge. Und zwar, da sehen wir ja gerade bei den Firmen in den USA wahnsinnige Werte, gerade im Vergleich auch zu Europa oder zu anderen Ländern und natürlich auch gerade im Bereich der Digitalfirmen sehen wir da deutlich höhere Margen. Das könnte ein Grund sein, der auch hier einen höheren Indikator im Prinzip rechtfertigt. Ja, vielleicht da auch noch eine kleine Ergänzung und zwar, ziemlich egal in welche Branche man schaut, Telekom-Industrie, Airline-Industrie, die von dir angesprochene Technologie-Industrie, Matthias, wir haben in den USA starke Konzentrationstendenzen. Also es gibt dominante Unternehmen, die einen sehr hohen Marktanteil erreichen und das ist in Europa und in anderen Teilen weltweit nicht der Fall. Und das hat dazu geführt, dass diese Unternehmen in der Lage waren, ihre Gewinnmarge im Zeitverlauf anzuheben. Und es ist ja nur logisch, wenn man überlegt, wir zahlen jetzt das Zweifache der Wirtschaftsleistung, aber pro Einheit Wirtschaftsleistung wird auch doppelt so viel verdient, wie noch vor, sagen wir, über 20 Jahren, dann wäre dieser Indikator ja auch wieder im Gleichgewicht. Das ist hier die dahinterstehende Überlegung. Aber, das hatten wir auch im Vorgespräch, Matthias, es könnte ja auch sein, dass der Präsident Biden oder auch sein Nachfolger plötzlich mal sagt, hey, viel zu viel Konzentration. Wir sind doch eigentlich eine Marktwirtschaft. Eine Marktwirtschaft zeichnet sich durch Wettbewerb aus. Lasst uns Tech zerschlagen. Lasst uns neue Regulierungen einziehen, die den Wettbewerb wieder verstärken. Und das könnte dann im Umkehrschluss wieder dazu führen, dass dieses Warnsignal des hohen Buffett-Indikators nachher doch richtig gewesen wäre. Also auch hier wieder einfach eine Frage dessen, was man persönlich für die Zukunft erwartet. War ja auch um 2000 rum, wo die Diskussionen mit Microsoft angefangen haben, wo es um eine Zerschlagung von Microsoft damals ging. Also auch eine gewisse Größe führt natürlich auch immer dazu, führt zu einer gewissen Macht. Und die gewisse Macht führt natürlich dazu, dass entgegengesteuert wird, wenn die Macht zum Beispiel ausgenutzt wird. Dann hast du noch einen weiteren Punkt, nämlich den Free-Cash-Low-Anteil des Gewinns. Ja, das wollen wir jetzt nicht so lang machen, weil ich glaube, es ist nicht so enorm bedeutsam, aber es ist wichtig, dass man es einfach kurz erwähnt. Dahinter steckt die Überlegung, eine Einheit Gewinn ist viel wertvoller, wenn man sie ausschütten kann, wie wenn man sie im Unternehmen behalten muss und wieder reinvestieren muss, weil einfach das Wachstum super viel Kapital bindet. Und das würde auch wieder dafür sprechen, dass eben der Indikator im Zeitverlauf über die Jahrzehnte langsam ansteigen darf, weil unser Wachstum immer weniger kapitalintensiv wird, weil die ganzen Billionenunternehmen wie Apple, wie Microsoft, Amazon ist jetzt ja auch über der Billion, Alphabet ist glaube ich auch über der Billion. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch eine vergessen habe. Auf jeden Fall ist es ja so, diese Unternehmen brauchen alle nahezu kein Eigenkapital. Und wenn diese Unternehmen eben den immer größeren Anteil an der Wirtschaft ausmachen, dann würde das auch wieder gerechtfertigen, dass der Indikator nach oben steigt. Zum Free Cash Flow haben wir unser letztes Video gemacht. Das verlinke ich euch oben. Schaut es euch unbedingt an. Da haben wir nämlich zwei richtig interessante Beispiele rein. Ein Musterbeispiel und eines, bei dem es eben genau mit dieser Kapitalbindung nachher ein großes Problem war. Schaut es euch mal an, falls ihr es noch nicht angeschaut habt. Ein weiterer Punkt und den haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das ist das Zinsniveau. Und das ist wahrscheinlich der allerwichtigste Faktor, weil dort einfach die Hebelwirkung am größten ist. Also das Zinsniveau und das muss man jetzt, wenn man es mal mit 1999, 2000 vergleicht, damals hatten wir noch Zinsen von 4, 5, 5,5%. Also das relativiert diesen Punkt, diesen Hochpunkt, den wir damals markiert haben, im Vergleich zu dem Punkt, den wir jetzt haben. Also wir haben den heute in einem ganz anderen Zinsumfeld markiert. Aber es ist, glaube ich, ja weniger wichtig, wo die Zinsen heute stehen, sondern vielmehr, und das haben wir, wie gesagt, im ersten Quartal gesehen, wohin marschieren die Zinsen? Also die weitere Zinsentwicklung in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, die ist das Wesentliche, was hier den Faktor, oder den Buffett-Indikator und die Bewertung der Märkte quasi mit einfließt. Weil wenn ich eine Aussicht habe, dass ich in einigen Jahren wieder deutlich attraktivere, normale Festzinsinvestment, also Anleihen quasi kaufen kann, oder auch Tagesgeld, und wieder mal eine 2,5, 3 oder 4% bekommen, dann wird es natürlich weniger attraktiv, jetzt im Aktienmarkt hohe Bewertungen zu bezahlen. Ja, auch da das Beispiel, wenn wir uns am Aktienmarkt beteiligen, beteiligen wir uns ja an allen künftigen Gewinnen der Unternehmen. Und wenn wir beispielsweise mal den Gewinn, der in 10 Jahren erwirtschaftet wird, heranziehen, dann ist er bei einer Zinsrate von 0%, heute schon die volle Summe wert, ja, weil wir können jetzt diesen Gewinn ja auch nur aufs Sparbuch packen, wie unser Finanzminister, und dann haben wir in 10 Jahren immer noch das Gleiche wie heute. Wenn wir aber 7% Zinsen bekommen würden, dann wäre dieser Betrag, der in 10 Jahren eben beispielsweise 1 Dollar oder 1 Euro ist, heute nur 50 Cent wert, weil wir können diese 50 Cent 10 Jahre lang zu 7% pro Jahr anlegen und werden dann in 10 Jahren bei dem Euro oder bei dem Dollar und das heißt eben, da merkt man mal, wie bedeutsam diese Zinsänderung ist, da verdoppelt sich mal eben der Wert oder halbiert sich der Wert und das ist jetzt ja nur 10 Jahre vorausgedacht, als Eigentümer stehen uns ja auch die Gewinne und Cashflows in 20 und 30 Jahren zu und deshalb hat es eben eine enorme Wirkung, der Buffett sagt immer, das ist die Schwerkraft der Finanzindustrie oder der Bewertungsniveaus, jeder Prozentpunkt, Zinsanstieg oder Zinssenkung hat einen enormen Hebel und es gibt ja derzeit und das ist so ein bisschen ja da wieder jetzt die kritische Überlegung, es gibt ganz viele Tendenzen hin zu Inflation. Agrarrohstoffe werden teurer, dann Metalle werden teurer, wir sehen die Krypto-Geschichten, die nach oben schießen, wir sehen aber auch sowas wie Holz, wir sehen Rohöl, was wieder viel höher steht wie vor einem Jahr, wir sehen jetzt die ersten Löhne, die hochgehen, wir sehen die ganze auch Logistik, ja Logistik, was es mittlerweile kostet, Fracht von A nach B zu transportieren, es gibt an so vielen Punkten oder die Knappheit an Chips in der Autoindustrie und in anderen Industrien und wir hören jetzt auch von immer mehr Unternehmen, dass sie die Preise eben, die gestiegenen Einkaufspreise auch wieder weitergeben in Form von höheren Verkaufspreisen und das ist ja dann die Definition von Inflation, jetzt ist hier halt die Frage, ist das ein temporärer Effekt, der auf die Corona-Knappheit zurückzuführen ist oder wird sich das dann in der zweiten und in der dritten Runde fortsetzen, wenn das so wäre, dass die Inflation hochgeht, muss irgendwann die Notenbank reagieren mit einer Zinserhöhung und dann hätten wir hier wahrscheinlich große Probleme bei dem Buffett-Indikator, dann wäre das Warnsignal, was der gerade ausstrahlt, wäre dann richtig, wer aber die Meinung vertritt, nee, die Inflation, das wird nur kurz hochgehen, dann geht es wieder runter, der hat hier nicht unbedingt eben eine Überbewertung, also es ist wirklich das bedeutsamste Element in der Interpretation des ganzen Indikators. Da geht es ja auch darum, dass die ganze Digitalisierung und so weiter, da wird ja immer argumentiert, dass sie eher das Ganze deflationär im Prinzip wirkt, also dass die Inflation bremst und das werden wir dann sehen in den nächsten Jahren, was dann tatsächlich kommt. Ein interessanter Punkt noch ist nämlich die Steuerquote, gerade bei amerikanischen Firmen, bei den, ich glaube, Kapitalgewinnen hat Biden ja jetzt schon mal angefangen, ein bisschen was zu drehen, wenn er also da an anderen Steuern setzen noch anfängt zu drehen, wirkt sich das natürlich auch negativ auf die Aktienbewertung aus und ja, die könnte eben da auch Druck ausüben. Ja und die letzten beiden Dinge, die sind ja einfach nur der Vollständigkeit halber noch notiert. Wir haben natürlich langfristig auch die Tendenz, dass zum Beispiel ein Unternehmen wie Apple immer mehr des Gewinns außerhalb der USA erwirtschaftet und dementsprechend, wir vergleichen jetzt praktisch die Ertragskraft von Unternehmen, die zwar ihren Hauptsitz in der USA haben, aber weltweit Erträge erwirtschaften mit dem BIP von nur der USA und das würde dann eben auch erklären, dass der Indikator langfristig steigen darf und dann noch der letzte Punkt eben, ist überhaupt die gesamte Wirtschaft an der Börse notiert, weil nur die fließt dann in die Berechnung ein, wobei da mein Argument für in den USA sind wirklich die meisten großen Unternehmen tatsächlich notiert. Auch hier Ausnahmen wie SpaceX oder der Süßigkeitenhersteller Mars, die beispielsweise den Snickers-Riegel herstellen, aber ich würde nicht sagen, dass das wirklich sehr gewichtig ist und damit kommen wir jetzt zu dem wirklich interessanten Punkt, nämlich was nehmen du und ich, Matthias, was nehmen wir aus diesem Indikator mit. Natürlich hat das hier keinen Anspruch auf die Richtigkeit und Vollständigkeit und hier gibt es einen großen Interpretationsspielraum. Wenn ihr noch andere Dinge habt oder Dinge auch anders seht als Matthias oder ich, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein, dann können wir einfach noch ein bisschen die Diskussion erweitern und gemeinsam noch weitere Überlegungen anstellen. Aber Matthias, leg doch mal los, was ist für dich jetzt das ganze Fazit? Indikator betrachtet, schön und gut, Indikator erklärt, schön und gut, Einflussfaktoren erklärt, schön und gut, aber was nimmst du für dich als langfristiger Investor jetzt mit? Also die grundsätzliche Sache ist, es ist ein Indikator, der ist schon durchdacht. Das Ganze hat Hand und Fuß, weil es einfach Zusammenhänge gibt. Ja, es gibt kleinere, es gibt Faktoren, die in die ein oder in die andere Richtung das Ganze beeinflussen, aber wenn wir eben diesen langfristigen Verlauf sehen, dann sehen wir doch immer wieder, dass gewisse Marken, wenn die mal überschritten waren, einfach das zukünftige Renditeniveau zu einem großen Teil schon in den Kursen drin war. Aber, und das ist auch eine Geschichte, die ich aus dem neuen Markt gelernt habe, das Ganze sieht aus wie eine Fahnenstange. Das Ganze kann man immer erst retro- also erst im Rückspiegel quasi sehen, wann das Ganze der Fall war und man kann auch im Prinzip nicht in den Rückspiegel schauen und nach vorne fahren. Das Ganze geht nicht wirklich gut. Das ist also eine Geschichte, die wir bedenken müssen und im Übrigen ja auch Buffett. Buffett hat im Herbst 2001, hat er gesagt, dass der Indikator, hat er den Indikator auf dem Markt gebracht. Er hat nicht im Frühjahr 2000, als die Märkte auf dem Top waren, gesagt, hey, hier ist der Indikator und der ist auf dem absoluten Rekordwert. Ja, weil man hätte ja auch schon im Sommer 1999 gesagt, der Wert ist auf dem Rekordwert. Also das heißt, dann werden noch ein ganzes Jahr die Märkte weitergelaufen. Also das ist das. Es ist immer sehr schwierig, wenn sowas am Laufen ist, wie weit geht es? Und gerade, weil wir einfach ein Zinsniveau hatten, was wir ja seit Jahrzehnten im Prinzip nicht hatten oder noch nie groß hatten. Das heißt, das ist in diesen Kurs natürlich auch drin und je länger diese Zinsen niedrig bleiben, ist das wirklich der entscheidende Faktor. Ja, und ansonsten gilt wahrscheinlich noch zu sagen, es ist eine Aussage über den gesamten Aktienmarkt, nicht über eine einzelne Aktie, weil auch in einem teuren Markt gibt es günstige Aktien und noch teurere Aktien. Das heißt, es ist einfach nur ein genereller Indikator und es ist auch nur eine Anzeige in einem Cockpit eines langfristigen Investors von vielen anderen Anzeigen, die alle auch ihre Aussagekraft haben, wie beispielsweise das Zinsniveau, das sicherlich sehr, sehr wichtig ist, so wie wir beim Autofahren auf Drehzahl, Geschwindigkeit, Tank und Öltemperatur schauen, so müssen wir als Investor eben auch auf verschiedene Anzeigen klicken und das ist eben nur eine und nicht die einzige. Ja, also es wäre falsch, wenn du oder ich hier sagen würden, anhand dieses Indikators erklären wir hier den Höchststand des US-amerikanischen Aktienmarktes, weil da gibt es eben die eben genannten Einflussfaktoren, die dann das in die eine oder andere Richtung lenken können, aber wir müssen schon sagen, in USA erscheinen uns die Aktien eher teuer, Matthias, was nicht heißt, dass es noch teurer und so weiter werden kann. In Europa und Japan haben wir die Situation, dass Aktien noch viel mehr Fleisch am Knochen haben, da sind die Kursumsatzverhältnisse günstiger und das heißt, wer jetzt hier aktiv auf der Suche nach neuen Investitionen ist, könnte eben verstärkt sich mal in diesen Märkten umschauen und ich glaube jetzt auch gerade die letzten Wochen, Monate hat sich der DAX ja wirklich stark entwickelt, stärker als der Nasdaq und vielleicht ist das der Beginn einer neuen Periode, wo wirklich in den USA praktisch alles ausgereizt ist, Gewinnmarschen am Rekordhoch, Steuern am Tiefpunkt, Zinsen am Tiefpunkt gewesen, monopolartige Strukturen, die vielleicht irgendwann aufgebrochen werden, ja und vielleicht ist das dann sozusagen jetzt die antizyklische Chance mal auf Europa, auf Japan, auf Großbritannien, auf Kanada und so weiter zu setzen, wo wir noch nicht so hohe Kursumsatzverhältnisse haben wie in den USA und für mich persönlich noch ein anderer wichtiger Punkt und zwar, was ich tue, auch wenn wir 0% Zinsen haben, wenn ich eine Aktie kaufe, dann rechne ich durch, ob sich das auch lohnt, wenn der Zins wieder auf 4% steigen würde, ja, wie stark würden dann die Zinskosten meines Unternehmens ansteigen, wäre das KGV dann immer noch attraktiv im Verhältnis zu einer risikolosen Staatsanleihe, die 4% abwirft oder zahle ich dann nicht doch einen Schnaps zu viel, ja, dass man einfach sich nicht abhängig davon macht, dass die Zinsen immer tief bleiben müssen, was natürlich ein mögliches Szenario ist, aber dass man selbst dann, wenn sie steigen sollten, immer noch so eingekauft hat, dass es immer noch keine schlechte Investition ist, das ist halt einfach so eine kleine Sicherheitsmarge, die ich mir immer versuche einzubauen. und der ganz wichtige Punkt ist, wir haben es wie gesagt mit Europa, mit Japan erwähnt, diversifiziert weltweit und ich habe zum Thema Diversifikation, Asset Allocation auch schon mal zwei Videos gemacht, die verlinken wir euch nachher hier, es ist wichtig, diversifiziert über Branchen, so verlockend es ist, auf die Gewinner der letzten Jahre kräftig zu setzen, nein, diversifiziert wirklich weltweit, nehmt das Ganze ernst, vor allem, wenn die Summen größer werden, wird es immer, immer wichtiger zu diversifizieren, Trends können sich auch ändern und drehen, ihr habt gesehen, der Buffett-Indikator ist ein Bauschein, aber es heißt auch nicht unbedingt, dass man nur jetzt in die anderen Nennung sagt, nein, diversifizieren, legt breit gestreut an, wie man das Ganze macht, erläutere ich in zwei Videos, die verlinke ich euch hier, erstmal Dankeschön an Jonathan und folgt Jonathan auf Twitter, da werden demnächst, glaube ich, sehr interessante Neuigkeiten kommen, ich freue mich schon drauf und vielen Dank Jonathan und ja, hier die verlinkten Videos, Tschüss und wir freuen uns auch auf die Kommentare, um noch mit euch ein bisschen weiter zu diskutieren, genau, bis zum nächsten Mal, Tschüss und auf Wiedersehen, Tschüss Tschüss, Vielen Dank.